eine aufladestation bedeutet sportflinte raus und such sie aktiviert und jetzt wo ist der Hä? Okay, Moment. Den muss ich auch noch aktivieren, ja? Da ist noch ein dritter, oder was? Ja. Dann gib ihm. Ja, ich bin. Das ist noch ein Drittel. Ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Yeah, okay. Das war's für heute. 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 Outro Okay. 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 Hammer hart. Alter, mach doch den scheiß Overload. Alter, mach doch den scheiß Overload. Boah, Stromgewehr, wieder ein bisschen Munition gekriegt. Tja, die Dinger machen nicht fertig hier. Los geht's. Alter, komm her, du. Feuer, Feuer. Hust zu. Hust zu. Oh Boah Scheiße 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 Nicht zu schaffen Scheiße 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 Ich bin auf Schraub. Meist gesichtet. Ich bin auf Schraub. Ich bin auf Schraub. Entschuldigung! Was muss ich denn was noch machen, damit das hier funktioniert, oder was? Ich muss die aufhalten, mehr nicht. Was muss ich denn was machen? Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Zu 50% im Takt. Waffe überhitzt. Ich habe keine Ahnung woran das... ...wovon das abhängig ist. Du kannst nicht fangen. Ja, das weiß ich wohl. Ja, ich kann nicht mehr als sie killen. Naja, keine Ahnung was das ist, was ich da falsch mache. Aber ich mache jetzt an der Stelle glaube ich auch mal Schluss. Weil... ...reicht für heute. Was soll ich jetzt machen? Genau. Bis zur Überladung verteidigen. Okay. Dann verteidigen wir den ersten. Gibt es kaum. Wenn ihr wollt. Kann ich eigentlich Munition auch herstellen? Waffen... Waffen... Kampfschrotflinte. Was ist denn da noch? Waffenmeister. Waffenmeister. Ich kann ein Gegenüber zum Standort. Ich verstehe jetzt nicht mehr. Waffenmeister. 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 Ich erwarte. Waffenmeister. Ja. Waffenmeister. Was ist hier? Fertig. Was ist hier? Wir haben uns noch gar nichts. Das ist hier. Das konnte ich machen. auch stopffreisch halt schon mal aber hier ich würde die Nachschladegeschmiss vernehmen Existenz, das ist ja, das ist ja auch. nehmen da schütteln 5 erhöht die walk-weichweite von zu schmettern was gibt es da noch die zeit von 20 auf 15 das das habe ich ach das ist dieser es war noch ja alles was schaden macht ist gut sport was das ach das ist das das schwebending ok vortex hatte ich jetzt gibt es da noch irgendwas damage macht 5 sekunden und normales institution ist das ja dann das ist wichtig hier gar nichts gemacht was das schaden durch feuer und elektrisität und zwar ja das muss ich doch alles mal machen hier voll verbaut elektrizität um 30 prozent unwichtig ich brauche das hier ach das war jetzt super wichtig fokus ach da muss ich rein und auf 200 prozent das ok oper drive das das ok ok da gibt es da noch was Slam das ist der Slashpunkt ne was ist da irgendwie die Reifweite der Slash-Shot-Welle ok verringert die Abbiegzeit ok also 1 2 3 4 5 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 6 6 6 7 7 9 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 15 14 15 14 15 den Schaden und die Gesundheit vom Beschütz tun, das wäre interessant, vier Stück aber. Der Jogger empfindet das Signal von Architun ein, ein Gebetfilter und werden noch nur für Dritt, wenn sie abgebaut werden. Versteckte für Drittmagneten, sodass sich hier selbst lebt und für Drittzellen in Oberdorache ist, die Dauer des Overdrive ist. Das ist nicht schlecht, das nehmen wir mal, dann gucken wir mal hier, was sie noch hat. Bei weitem auch noch nicht, glaube ich, alles, das wichtigste schon. Hier noch was, ja, das. Die Schusskunde deutlich, während du über den Boden rutscht, in der Luft befindest oder in der Saal rutscht, wenn du in der Luft befindest, wenn du in der Luft befindest, in der Luft zu kritischen Klaffern. Bei Punkt ist das, dass sich in den Frieden überladen, auch ja, ist das, rutscht in den Overdrive in einem leichten Gegner, um ihn in die Luft zu steuern. Okay, freut mich, nicht hin und hin zu schwaffen, die Situation des selben Levels. Das verstehe ich einfach nicht. Das. Ja, das ist hier. Das ist fertig. Das heißt, ich habe hier noch Punkte, 11, dann muss ich raus. Okay, dann schieße die ja nicht ab. Das. Okay, ich brauche kein Feld. Nicht mehr schwerer, wenn schlecht verringert den Schaden, die wir sind, das sind halt. Okay, das wird dann auch nichts sein. Na, dann nehmen wir das noch. Ansonsten. Nein. Nein. Okay. Okay. links ich ziehe die Erfassung dann lassen wir das so jetzt ist es mit dem Auto den I-Kaus 30 ganz mit dem Erschluss ganz mit dem Erdruck an das wollte ich eigentlich habe ich ja schon das ist auch gut ich habe es schon Ah. Ja, was haben wir noch hier? Doch, das sind die Missionen und hier noch die Karte. Welches Level ist das? Ach. Ich habe den Mast jetzt aktiviert und es kommt nichts. Ich habe den Mast. Nein, das war wirklich gut. Ich habe keinen Vergleich zu dem, wie es am Anfang lief. Oh Okay. So wie vorhin nichts passiert. Erstens, nachdem ich den dritten angemacht habe. Das, was hier rum lief, das war nur Fast Food. Genau. Ja. Alter, was willst du denn da machen? Ich kann doch nicht meine ganze Munition verballern. Jetzt verweilere ich die ganz einfach. Wir sind unsterblich! Alter, fünf Schuss für einen Gegner. Der Scheißkerl, der steht immer noch auf. Der Scheißkerl, der steht immer noch auf. Wo ballert der denn? Wo ballert denn da einer? Oder von wo aus? Der Scheißkerl. Der Scheißkerl, der steht immer noch auf. Der Scheißkerl, der steht immer noch auf. Der Scheißkerl, der steht immer noch auf. Das urdeckt Ende. Ein Ende. Ein Ende. Den tue ich trotzdem nicht. Warum jetzt auf einmal weniger kommen. Ein Ende. 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 Ein Ende.